Die hatte ich mir schon rausgelegt, falls ich doch noch irgendwas beschriften wollte. Hier ist noch ein bisschen Dreckswäsche, die ich einweichen muss, das mache ich auch gleich. Ja, aber das ist jetzt nur noch klein Kram, das packe ich weg und dann ist schon mal das Gröbste, Gröbste, Gröbste getan.